Der Unfall damals war bestimmt nicht einfach für Sie, oder? Es war das Schlimmste, was ich je in meinem Leben durchmachen musste. Aber ich habe versucht, für Ben stark zu sein. Erzählen Sie doch bitte, was damals genau passiert ist. Jens war auf dem Heimweg von seiner Nachtschicht. Als er die Straße überqueren wollte, wurde er von Robert Albrecht überfahren. Jens wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert, aber die Ärzte konnten nichts mehr für ihn tun. Er war ein herzensroter Mensch und ein großartiger Vater. Dass er einfach so gestorben ist, hat mich völlig fertig gemacht. Waren Sie wütend auf Robert Albrecht? Ja, sehr wütend. Schließlich musste mein Mann seinetwegen sterben. Und wie war es dann, als Robert Albrecht nach all den Jahren wieder vor Ihrer Haustür aufgetaucht ist? Waren Sie da immer noch wütend auf ihn? Ich war überrascht. Ich wusste nicht, dass er aus dem Gefängnis entlassen wurde. Aber das mit der Wut habe ich schon vor Jahren abgelegt. Er wirkte traurig. Seine Entschuldigung kam aus tiefstem Herzen. Und haben Sie die Entschuldigung an? Nein. Ich konnte ihm nicht verzeihen. Ich habe ihn weggeschickt. Ben, deine Mutter hat uns erzählt, dass Robert Albrecht vor ein paar Tagen baue ich war, um sich für den Unfall von damals zu entschuldigen. Tja, davon habe ich nichts mitbekommen. Wie? Deine Mutter hat dir nichts über den Besuch erzählt? Nein, hat sie nicht. Hören Sie, die Sache ist jetzt schon verdammt lange her, ja? Und ich versuche damit abzuschließen. Und mein Leben normal weiterzuführen. Glaub mir, das verstehe ich ja. Aber du musst doch mega Hass auf den Mörder deines Vaters haben. Ja, und wenn schon. Es war aber ein Unfall, ja? Klar, ich war damals erst 16. Und der Tod meines Vaters war nicht leicht zu ertragen. Na ja, jetzt komm, beruhig dich. Setz dich. Trink noch einen Schluck und fahr mal runter. Was ist mit Ihrem Sohn Ben? Wusste er davon, dass Robert Albrecht vor kurzem bei Ihnen vor der Haustür stand? Nein, ich wollte Ben nicht unnötig damit belasten. Mir ist es schon schwer genug gefallen, auf ihn zu treffen. Lara, kannst du einfach kurz kommen, bitte. Entschuldigen Sie mich. Die KTU konnte ein paar Handydaten des Opfers retten. Laut einer SMS wollte Robert Albrecht sich am Abend vor seinem Tod mit einem Freund in einer Kneipe treffen. Ach was. Albrecht hatte ja zum Todeszeitpunkt Alkohol im Blut. Das heißt, er kam aus der Bar. Das vermuten wir jetzt auch. Allerdings hat der Freund kurz vorher abgesagt. Das haben wir bereits geprüft. Dann fahrt ihr doch mal in die Bar und hört euch da um. Ja, okay, machen wir. Bis später. Bis später. Ist alles in Ordnung? Ist das passiert? Alles gut, Frau Rösser. Nehmen Sie Platz. Es ist noch zu früh für die Kneipe. Es ist größer auf sechs. Da ist noch nichts los. Hallo. Was darf ich bringen? Zwei Pilze? Äh, nee, danke. Wir sind dienstlich hier. Kriminalpolizei. König, das ist die Kollegin Sommer. Okay. Sie könnten uns eventuell weiterhelfen. Ich versuche es, ja. Kennen Sie den? Ja, das ist Robert. Aha. Was ist denn passiert? Er ist heute Morgen gegen sechs Uhr dreißig hier in der Nähe von einer Brücke gestürzt und verstorben. Ach, du Scheiße. War Robert Albrecht oft hier? Ja, zwei-, dreimal die Woche. Aber erst knapp seit vier Wochen, da ist er plötzlich aufgetaucht. Okay. Er war fix und fertig. Hat er Ihnen gesagt, wieso? Ja, wegen eines Autounfalls. Er hat sich schwere Vorwürfe gemacht. Er hat seinen Frust hier ertränkt. Aber ich glaube auch, der hat ein bisschen Gesellschaft gesucht. Okay. Und gestern Abend? Wie war denn das? War da irgendwas Besonderes irgendwie? Also, uns hilft wirklich jede Kleinigkeit weiter. Robert hat im Darts gewonnen. Ich meine sogar, ich habe ein Foto gemacht. Warten Sie mal. Nach seinem Sieg hatte ich die Aufnahme gemacht. Warten Sie, da ist er doch. Bitte schön. Aber, äh, kurz darauf kam es auch zur Schlägerei. Schlägerei? Wie spät war das ungefähr? Das war so gegen kurz vor fünf. Wir haben immer lange auf. Udo, sein Gegner beim Darts, war nicht so begeistert zu verlieren. Irgendwie hat die Situation sich dann hochgeschaukelt. Und, ja, Robert ist dann hier aus dem Laden geflogen und Udo ihm hinterher. Ja. Udo, okay. Ähm, gibt es von dem Udo eine Telefonnummer, Adresse? Haben Sie irgendwas? Nee, habe ich nicht. Aber er sitzt da. Aber er hat schon einige getrunken. Ich bin... Sicher? Das ist Udo? Ja, das ist Udo. Schönen guten Abend. Hallo. Kriminalpolizei. Oh Mann, er, nicht jetzt. Wir haben ein paar Fragen. Ich will noch aus. Zeigen Sie mal, was soll das denn? Entschuldigung, wir haben... Hey, hey, hey. Hey, hey. Flasche runter. Lass euch alle zwei. Lass den Scheiß machen, was man hier sagt. Okay. So. Du pisst euch hier. Ja, ja. Hände aufdrücken. So, die Mütze kriegst du auch wieder auf. Ja, ja, ja. Hast du das ansteigen? So, so. Nimmst du die Jacken? So, Käpt'n A ab. Das war ja. Ja, ja, ja. Nimmst du erst mal die alberne Kappe da ab? Und hier, einen Schluck Kaffee, damit sie fit werden. Dankeschön. Übrigens, was da ablief zwischen Ihnen und meinen Kollegen, da hat er noch ein Nachspiel. Und jetzt will ich wissen, was zwischen Ihnen lief. Zwischen Ihnen und Robert Albrecht. Gar nichts. Eine kleine Schlägerei, mehr nicht. Die Barkeeperin, Frau Seidel, hat aber gesehen, wie Sie dem Herrn Albrecht gefolgt sind. Nach der Schlägerei, aus der Kneipe raus. Das heißt, Sie sind die letzte Person, die ihn lebend gesehen hat. Ich bin dem nicht gefolgt. Ich bin nach Haus, um einen Rausch auszuschlafen. Und um mich ein bisschen runterzufahren. So. Jedes Mal, wenn ich einen Tee hab, verliere ich halt die Fassung. Das ist nun mal so. Dann hat mein Kollege gemerkt. Nee. So. Ich sag Ihnen mal eins. Wir haben Dart gespielt und der Vollpfosten hat gewonnen. Gegen mich. Ja. So. Dann hat er sich sowas von übertrieben feiern lassen. Können Sie sich gar nicht vorstellen. Der hat posiert, wie Arnold. So. Da hab ich dem einen geklatscht. Der ist dann abgehauen vor lauter Grell. Und ich bin nach Haus. Ich hab den Typ nicht getötet. Ja. Ist so. Du. Das kann echt so sein, wie du gesagt hast. Ja. Ja. Nicht zu spüren. Allerdings. Also nochmal von vorne. Frau Häuser, das ist die Ehefrau des Mannes, der bei dem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Die hat ausgesagt, dass sie dem Albrecht nicht verzeihen konnte. Ja. Und Ben Häuser hat mir gesagt, dass er den Albrecht nie zuvor gesehen hat und dass er den Tod seines Vaters wohl offenbar sehr gut verarbeitet hat. Also in der Vernehmung hast du mir so gesagt. Ja. Vielleicht könnten sich ja Mutter und Sohn gegenseitig decken, um sich dann beide an dem Opfer zu rächen. Hm. Zumindest hätten beide ein starkes Motiv. Mhm. Aber sag mal, hat die Autofahrerin nicht ausgesagt, dass sie mindestens zwei Leute auf der Brücke gesehen hat? Mhm. Also das, was wir wissen, ist, dass Robert Albrecht kurz vorher in eine Barschlägerei verwickelt war. Und das alles wohl wegen des Ausgang dieses Dartspiels. Ja. Mit Udo Baumann, ne? Und wenn der gesoffen hat, wird der ganz schön aggressiv. Eben. Kann ja sein, dass dieser Udo den Albrecht verfolgt hat und aus Wut von der Brücke gestoßen hat. Oder das Ganze ist im Kampf passiert. Apropos Brücke. Laut KTU stammt das Blut, was an dem Brückengelände gesichert wurde, definitiv von dem Albrecht. Und sonst gibt's keine Spuren. Weder Fingerabdruckspuren noch sonstiges Blut. Erde an Bernie? Hallo. Hörst du uns zu? Ey. Fällt dir hier was auf? Ich kenn das doch, das Bild. Ja. Hier hab ich's vergrößert. Sag mal. Ach du Scheiße. Du warst gestern Nacht gar nicht feiern mit deinem Kumpel. Du warst gestern Nacht in der Kneipe. Oder wieso kannst du mir erklären, wie deine Jacke hier auf dieses Foto kommt, hä? Es gibt über eine Million Leute, die dieselbe Jacke tragen wie ich, ja? Klar. Und auf dem Scheißfoto sieht man ja nicht mehr dein Gesicht. Das kann doch jeder sein. Und ich hab Malibi. Deswegen haben wir auch gleich mit deinem Freund gesprochen. Und der ist ganz schnell mit der Wahrheit rausgerückt. Der hätte uns nämlich gesagt, dass du gestern Morgen nur ganz kurz bei ihm aufgeschlagen bist. Aber zu seinem Party machen wir halt nicht. Nach der Kelle lügt doch! Und außerdem haben wir an der Leiche von Robert Albrecht DNA-Spuren sichern können. Und die werden wir mit deinen abgleichen. Ben, wir glauben, dass du den Tod deines Vaters mitnichten gut verarbeitet hast. Und deswegen musste Robert Albrecht sterben. Der Wichser hat es doch nicht anders verdient, ja? Kommt zu uns nach Hause, spielt das Unschuldsland kurz bevor er in die nächstbeste Kneipe fährt und sich dort wieder die Kante gibt. Du hast also mitbekommen, dass er bei euch zu Hause war? Ja, hab ich! Und dann bist du hin zu dieser Kneipe und hast ihn umgebracht? Nein! Ich bin in die Kneipe gefahren, um zu sehen, wie der Mörder meines Vaters mit seiner Schuld klarkommt. Aber das fiel ihm nicht besonders schwer. Er hat gesoffen wie ein Loch und nichts aus seinen Fehlern gelernt! Wie ging's dann weiter? Ich bin ihm nach so einer Schlägerei halt gefolgt und hab ihn auf der Brücke zur Rede gestellt. Ich wollte antworten! Warum musste mein Vater sterben? Und warum läuft er weiter nach dem, was passiert ist? Und wie hat er reagiert? Der war schnurzgesoffen, hat sich nur in irgendwelchen Entschuldigungsfloskeln geflüchtet. Ich war so wütend! Und dann hast du ihn von der Brücke gestoßen? Ja, verdammt! Ich war doch erst 16! Er hat mir von dem einen auf den anderen Tag meinen Vater genommen! Das war nichts mehr! Ich hab der Welt einen Gefallen getan! Hast du nicht. Robert Albrecht hat sich geändert. Albrecht hat nämlich erst im Knast angefangen zu saufen, weil er mit seiner Schuld nicht klarkam. Und du wirst jetzt viel Zeit haben im Gefängnis, dir Gedanken zu machen und das einzusehen. Ich hoffe, es hat mir gefallen. Ich hoffe, es hat mir gefallen. Und wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020